ein wunderschönen guten tag ja wir hatten zwar im live stream diese wunderschöne karte angeschaut aber ich weiß ja nicht jeder ist im live stream dabei ist ja kein problem und dann hat er gesagt dann schauen wir uns noch einmal missouri an in der usa seit 1879 ja wir sind am arsch der heide ich kann euch das ganz kurz mal zeigen und zwar hier oben da fängt man an hier ist noch siegewerk ich weiß gar nicht ob wir dahin trampen können wir sind ja auf der konsole so sieht das ganze aus hier und da hinten ist unser porsche der steht an der straße da und ja will ich fahren nö will ich eigentlich gar nicht weil wir haben uns das ausführlich im live stream anguckt im letzten ich will euch aber ein bisschen die karte zeigen hier ist nämlich die ketchup produktion und viele haben gesagt ja ja habe ich gesehen kann man da ketchup oder beziehungsweise tomaten herstellen ja wenn ihr im baumenü drin seid dann geht ihr auf produktion gewächshäuser und dann sind extra für die karte hier hinten auch gewächshäuser groß klein mittel ist klar dafür braucht ihr wasser nach wie vor sowie auch bei der frühling karte und dann könnt ihr kürbis und tomaten herstellen das heißt die emmo muss mal eine kürbis produktion oder irgendwas sein irgendwo wird das schon sein und salate ganz normal und tomaten und habe nicht gesehen und können capture es dann finde ich ganz cool ist eine schöne sache auch die deko der karte finde ich gut live haben wir die karte schon mit fünf sterne bewertet für ultra porno ja also für eine usa karte absolut geil finde ich echt cool gut das hier hinten ist dick oder hinten brauche ich nicht hingehen da kommt da ich hier das rote zeichen von wegen du hast du nix zu suchen so das zum thema dazu ich renne mal hier nach vorne hier waren natürlich überall pickups rum und dann die us fahren sieht schon auch da ganz hinten sind us fahren überall so deko da vorne kommt man in die city rein da werden wir jetzt mal kurz rein hüpfen ein bisschen rüber springen wobei hier immer noch eine tankstelle hier habe ich selber noch gar nicht gesehen dass du es eine ganz normale tankstelle hier ist für für gas methan alles also die deko und die optik ist cool viele haben schon gesagt ja aber 800 etwas 839 mb schießen also sehr große karte ja aber sehr viel deko sehr viel style drin ne mag ich richtig investieren waschplätze waschboxen kann man die benutzen glaube ich nicht die grenzen benutzen habe ich gar nicht gesehen das ist natürlich richtig geil ja waschboxen könnte benutzen wusste ich nicht wieder eine positive überraschung da überall fähnchen der look ist ultra geil hier haben wir noch eine schöne spedition ja mit dann überall leuchtet also ihr könnt hier sind überall verkaufspunkte und so ne hinten sind die dörfer hier ist die bümmelbahn wenn sie kommen macht es bing 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 geht runter hier fährt der zug von ls 19 es sind auch ls 19 gebäude also pferdestall etc verbaut aber um kommentiert und neu gestaltet und sieht richtig gut aus also der pferdehof zum beispiel zeigt euch gleich ja deine habt ihr hier eine schöne bäckerei auch beleuchtet hier die schilder das heißt wenn hier dunkel ist müsste das richtig sexuell aussehen ja gefällt mir sehr gut da drüben haben wir auch noch was ach so hätte die gebäude geändert ja die pizzeria ist geändert dann haben wir hier stecken nadel das heißt die ganzen produktion sind hier am start wir gehen hier mal kurz durch dann müsste ja produktionstechnisch hier hinten etwas sein wir machen gleich mal kurz das interaktions menü an jup da wäre schon angeht um pizza ok dann könnt ihr teichwaren pizza und dann könnt ihr hier verkaufen da vorne ist auch ein verkaufspunkt hinter uns wird produziert da taucht das auf ja ist richtig schön gemacht viele würden jetzt sagen ja die übergänge könnte man so könnte man so ja man kann so viel wenn der tag lang ist ich finde das ganz schön hier also bin ich mal ehrlich zu euch ne bin ich auch so aber ihr wisst was ich meine so dann haben wir hier noch viehhandel ist bekannt alles schön eingefasst alles da hinten einmal der wasserturm da fährt die bahn da hinten sowie zu amtrags hoch ja dann hat man hier molkerei und wir können ja mal so einzelne sachen durchgehen hier ist die bäckerei deiner ist sondern da waren wir eben gerade dann haben wir hier fahrzeughändler da war ich noch nicht ach so der war hier vorne okay wer das denn auch hier vorne gespawnt das hatte ich davon und hatte ich mir mal kurz ein lgw gegönnt er ist hinten gespawnt worden ja jeden wenn die fahrzeuge gespawnt haben wir noch viele getreide silos wie man sie kennt hier sind ja andere höfe ich hüpfe ein weiter da war ich im live stream so ein bisschen überrascht zu ist aber die könnte ja alle kaufen und hier zum beispiel ich hüpfe hier mal wie eine gazelle über den zaun robber erstmal sind die andere zäune drin wir sind auch ganz schickilaggy aus wie ihr seht warum sind die weiß und der braun kann man die aufmachen kann auch hier laufen kühl nahese und dann kommt man hier auf den ersten hof die man kaufen kann nachträglich der habt ihr nicht im besitz hier ist aber eine freie weide wie ihr sehen könnt und ich bin hier auch auf der weide sehe ich gerade hier ist ein geänderter geänderter kuhstall ich hüpfe hier mal rüber er sieht so aus viele haben gesagt ja das sind gebäude die hat er neu gemacht für die karte ja ein also wie gesagt das sind alles 19 gebäude teilweise nicht alle teilweise und ja kann ich nicht rein rundbogenhalle da vorne ist noch ein haus hier ist noch eine scheune tschuldigung da vorne ist das haus und ich finde hier so die deko ne sind diese ein bisschen dirty touchy lock finde ich gut ich habe auch schon leicht gesagt viele mögen diese datei nicht war das so 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 alles 15 like ist ich finde schön es passt zur karte ist echt schön gemacht für eine usa karte gefällt mir sehr gut so dann kommt man später hier oben an der straße hier hoch genau genascht wie ich mal so schön sagt sind gute fäder viele sehr viel zu groß hier sind auch kleine also hier falls einer sagt was ist denn da hier ist ein gülle lag also ganz normales von jeans hier ist der hof den man besitzt unglaublich schönes haus kann man leider nicht rein aber richtig schick der fahne nähe den kannte hier was über spielen ja dann sind hier die silos die von mary da inklusive förderband vorne hier drin habt ihr den case und dem mehl drescher case licht anmachen geht einfach auf dem knöpfchen drücken also auf den r3 knopf dann habt ihr hier das mehwerk das ist zwar daneben gefallen aber wen interessiert es kurz andocken draufsetzen fertig pengpuff tralala hier ist auch noch ein bisschen müll und scheunchen dann haben wir hier einen brandner anhänger und dann auch noch ein förderband hier sind auf jeden fall eure silos da hinten ist die des 19 werderhalle sich im stream schon gesagt habe ist diese heilen diese us heilen das muss man einfach den modern von diesen us karten lassen oder diese gebäude er gibt es ja auch als einzel mod diese unglaublich geile grafik und dieses ganze holzwerk und so das ist schon heftig gemacht oder gut ihr besitzer noch ein 6 er hier sind noch diverse sachen und maschinen also richtig gute ausstand natürlich große maschine ist ja auch eine große karte da hinten ist noch eine scheune dagegen mit leichen hier ist der pferd der stadt das ist der der aus den ls 19 wenn einer sagt wo er das 19 ja die usa karte die giants rausgebracht hat die originalkarte vom ls 19 wieso habe ich hier wasser wie verlasse ich das wieder ich würde mal sagen das ist ein wieder oder jetzt muss ich mir den scheiß ding herumlaufen oder auch nicht benutzt die ja an der waschstraße wenn das ding aufnimmt und wieder weg packt dann hast du das im sortiment ist ja schon ein bisschen merkwürdig das war immer ein kleiner fehler dann aber wann was ich schon mal meine träger meine sind immer aus wie mülltüle den entsprechenden scheißegal so da rechts ist noch eine tonne hier kommt ihr zu den boxen von den pferden richtig schön gemacht könnt ihr auch alles aufmachen ab ist das anders wenn ich pferde mag kein problem hier drüben sind die rinder hier habt ihr noch mal ein silo wobei das ist glaube ich noch eine weide ja die schweine oder schafe schaffe ich finde das hübsch oder die idee dahinter ist cool offene weide finde ich ich feiere das ich mag das gerne so hier kommt ihr in den kuschel rein in die gute stube das geschlossener kuhstall also viel hier laufen draußen schön groß da kann man was reißen wenn der stroh ein knallt und so dann taucht das darauf nur mal so zu impfen ja dann geht das unten zur straße ihr habt hier riesengroßen hof muss mal ganz kurz gucken wie die die immer bauen abreißbar abreißbar ihr könnt abreißen abreißen zäune gehen abzureißen wenn jetzt einer sagt alles geht hier weg wie ich gerade sehe wenn er sagt warum lass das doch stehen ja aber es gibt ja welche die sagen sich hey ich finde vom benni das us pack haben was der color auf der white farm hat möchte ich hier hin bauen weil ich das schöner finde ja es ist auf jeden fall möglich und hier ist das gülle lager hatte ich ja schon gesagt so dann habt ihr hier die bga sollte das sein genau da waren wir das ist eine ganz normale von giants planet et eingefasst könnt ihr euch natürlich verschönern wir können mal ganz kurz gucken baumen malen da könnt ihr auf jeden fall richtig viel rum hübschen ja auch was sagen die bäume auch alles da jetzt gucken wir auch noch mal ganz kurz kann ich will wissen kann man bäume bauen oder ist die karte überfüllt was ja meistens so der fall ist bei den meisten karten ihr könnt wollen hinstellen wunderbar das heißt ihr könnt ihr auch bauen wie lustig seid zäune sind normal wir gucken wir trotzdem noch mal rein ja ist cool lampen und zum malen und sonstiges ja auch ganz normal ok ja bga hat mir gerade eben angehaucht hier ist die bimmelbahn die ja nicht anreisen können da könnte ich jetzt nicht hinkriegen unglaublich große felder auch hier ist noch ein hof komme ich da von der bga hin müssen wir mal kurz rüber laufen ist ja nicht ganz so schlimm ja falls ihr seiner fragt warum redest du so schnell und erklärt alles so schnell und weiß schon wieder wo alles ist ja wir haben die wir uns im livestream angeschaut und auch hier diese texturen alles ist richtig schön gemacht gefällt mir sehr gut was das schönste an der karte ist für die die multifruchtspinne karte ist eine multifrucht karte das kann ich auch mal kurz darauf eingehen und zwar habt ihr hier noch rocken beans also bohn und alfalfa das ist hier auf der karte vertreten das zeige ich euch gleich noch mal hier im hof dass mich gerade alfalfa am pflanzen und wir hatten hier irgendwo noch beans gehabt die sind diesmal nicht da schade doch da oben da sind wir ja okay ja das land ist nicht starr gerade also wir sind nicht auf einer niederländischen oder nordischen karte sondern ist glücklich wie man sieht hier geht es jetzt noch hoch weil hier die bimmelbahn ist da irgendwo hinten könnt ihr sie stoppen hier hinten irgendwo wird sie ankommen hat jetzt gerade keine zeit für mich okay schönes sonnenblumenbeet das ist der nächste hof ich hoffe es hier auch mal wieder weniger zeit darüber jetzt wenn viele sagen er hätte ja auch auf dem pc sein können ja hätte ich machen können aber dann wissen wir nicht slots und performance und habe nicht gesehen und die performance auf der playstation 5 wo wir sind ist sehr gut muss ich sagen gefällt mir sehr gut ich muss mal ganz kurz was gucken das sind vermögen wir gehen mal kurz in den kredit rein der pc hätten wir jetzt einfach irgendwas dahin klatschen können aber pc kann ja jeder so da könnt ihr schon sehen haus nummer zwei dann habt ihr hier ein bauern silo und hier sind die schweine die sind hier reingebaut die schweinen stellen alles sind ungeändert worden finde ich persönlich gut hier mit den ölflecken mit den ganzen matschi mit den kleinen boxen da sind noch die getreide boxen also sieht gut aus die idee dahinter ist auf jeden fall cool finde ich oder also ja schöne halle kann ich hier kann ich dann machen okay aber hier können wir strobeinlagern das normale situs könnte natürlich jederzeit ändern hier haben wir natürlich auch noch mal eine halle die es nicht aufgeht doch geht ich habe meine wurstfinger wieder im spiel gehabt ihr könnt ihr nicht anmachen denn noch mal ein ganz normales elektrohäuschen kennt ihr ist ein deko objekt aus den ls 19 gewesen dann haben wir noch ein süßes häuschen was eingefasst ist das ist definitiv neu dann haben wir noch dekohäuser und dann geht sie die straße weg auf ich wollte ich kurz euch das mal zeigen das ist das war jetzt rocken nee ins das sind die biens das natürlich ist unkraut noch dazwischen aber er die biens texturen sehr gute texturen für für das feld sieht richtig gut aus ja hier ist noch ein kleiner friedhof wie gesagt sehr große karte da lohnt sich auf jeden fall ein xl projekt und es lohnt sich auf jeden fall hier mit amerikanischen tracks und sowas rum zu spielen also wir sind hier beim live stream mit den limited track rum das war schon echt cool ja das hier ist alfalfa war das ne das ist alfalfa ich weiß nicht ob alfalfa ist ja eigentlich eine blütengras form müsste man ja eigentlich entweder mähen können mit dem mähdrescher und hat ein häcksel oder man kann es mähen mit dem gras schneider das weiß ich nicht mal alfalfa werde ich mich nicht täuscht mähdrescher rüberbrettern und du hast eine schwad mit heu soweit ich weiß haben wir hier irgendwo rocken ja rocken wird angezeigt ist das hier rocken jetzt muss man gucken heller dunkler aber hier paar dunkel dunkle töne ich weiß nicht ob das hier rocken ist der gegenüber bei 32 aber hier immer mein auto wenn man träger hier ne könnt ihr mal gucken flaggern die spiegel wenn nicht denn ist die karte noch geiler kein spiegel flaggern da ist der nachteil ja straßen sind top verdient übergänge zu feldern felder zu überweg und alles richtig schön hier läuft auch immer noch ein geiler fluss lang vielleicht finden wir den gleich noch er ist natürlich wieder nicht gewachsen ist nicht gewachsen schade er müsste hier gleich warte mal kurz wo war der fluss den habe ich so schön gefeiert das ist doch der hier oder das ist ein weg neben fluss ich weiß das nicht hier läuft irgendwo ein fluss lang über die karte wo ich gesagt habe das ist richtig schön gemacht wo war der los wo war der hund das ist auf jeden fall sehr viel strömung da hier nicht das doch da drin wer versteckt da drin ich guck mal die magie den wald voller bäume nicht hier wird zwar nicht sein schade irgendwo ist ja noch ein schöner fluss also ist richtig schön gemachte karte multi frucht ist gut für xl und xxl produkte projekte und ja gefällt mir persönlich sehr gut wir haben für diese karte fünf sterne gegeben ihr wollt natürlich jetzt noch wissen wie viel slots mit fahrzeuge 1500 ohne fahrzeuge können wir mal kurz durchjucken ich verkaufe sie mal kurz durch man das video ist aber schon wieder zu lang und ich wollte mal nur mal ganz schnell mal neben weihnachtens wie noch ein video machen und mal ganz schnell ne so so kennt ihr ja einfach mal machen aber war wohl nix verschieden sehr vielen so tut mir aber auch leid auf der karte es war viel zu sehen und es ist eine sehr schöne karte und wer usa mag oder große fäder habe nicht gesehen ist auf jeden fall hier gut aufgehoben so 1272 ich denke mal wenn ihr die gebäude und alles verkaufen würdet seid ihr locker bei 1000 würde ich aber nicht machen auf jeden fall ist das ist eine karte für schöne usa lkw oder wenn ihr den limited habt oder was auch immer und für große mehdrescher auch ganz wichtig hier kann man auch mal den guten jd auspacken oder den case weil er passt auf jeden fall zu dieser karte hin ist authentisch ja gefällt mir sehr gut würde ich die spielen ja die leute haben schon gefragt machst du sie immer mal spielen wenn wir einige projekte durch haben und die sachen die ich hier und da bei den einen zuschauer versprochen habe werde ich die auch sicherlich anspielen habe ich mal bock drauf schönes projekt schön groß warum nicht ein bisschen in tomaten rumlutschen bisschen ketchup herstellen und so warum nicht gut liken abonnieren nicht vergessen ich bin euer pedi wir sehen uns morgen bis dann